Schönen guten Morgen, Freunde! Moin! Wie geht's euch? So, der frühe Vogel kann uns mal... Genau, weil wir wollen keine Würmer. Wir sind wie jeden Tag früh aufgestanden, aber wir besuchen heute mal unsere Druckerei MCS in Berlin mit. Gehen wir mal live dabei? Und wir sagen eigentlich, wie immer. Wie immer sagen wir, kommt er mit. Ein Kaffee! Ein Kaffee! Wie ihr seht, das ist eine riesige Ding hier mit irgendwelchen riesigen Maschinen So Freunde, jetzt immer noch bei MCS es riecht schon nach Arbeit Es riecht nach Arbeit, nach Testosteron, Blutschweiß und Tränen und wie ihr seht hier wird wir uns mal angucken, was MCS mit unseren T-Shirts veranstaltet Ich bin sehr spannend Aber ich möchte sagen, das habt ihr gut gemacht jetzt hier Du bist der letzte der Tietze Und wenn da irgendwann einer kommt und sagt, du hast gesagt, dann ist das in Ordnung, dann kriegst du das auf den Deckel. Aber das tut das, oder? Weißt du, du schmeißt jetzt die Farbe da raus. So viel kommt darin? Ja, klar. Oder ist das denn für ernst viele Drucker oder was? Für viele. Wir machen ja jetzt die Auflage komplett durch von euch. Wahnsinn. Ja, warte schon, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ja, ich seh's ja. Da und da ist es. Und jetzt geht's hier rüber. Pass auf. Sack. Da ist es. Komm ja nicht auf die Tour. MCS. Einmal frei. So Freunde, und hier so eure T-Shirts. Dann liegen die. Und jetzt geht's hier weiter. Und Malte sagt, einmal frei. Ein Exemplar wird jetzt hier in den Ofen geschoben. Und ich renne dann ganz schnell zur anderen Seite und kick-beat rauskommen. Genau, da kommt's trocken raus. Super, dann renne ich jetzt mal rüber, Freunde. Und ihr will mal live dabei. Schau mal. Da ist er auch schon. Ja, da ist schon. Da. Und was sagste? Ja. Kann sie sehen lassen? Ja klar. Ist ja jetzt nicht das richtige T-Shirt. Ja. Sack, der Toaster. Du, der Toaster sagt, ist okay. Du sagt, ist okay. Der Toaster sagt, ist okay. Sag mal, lass mal rüberkicken hier. Das ist so ein frischer Hau dir hier. Kommen wir hier nicht quer, machen wir hier eine Stunde. Ich habe doch keinen Zahnlocker hier. Hol mir einen Kaffee und mach das mal. Ich wollte hier mal hinter die Kulissen gucken, oder? Also was ich sagen muss man merken, dass bei MCS hier eine Hand die angesehen hat. Der Tool T-Shirt ist gerade hier auf der Maschine hier. Dann im Prinzip irgendwann landet es in eurem Schrank. Aber ihr könnt durch dieses Video jetzt hier mal rüberkicken und wie das eigentlich entstanden ist. Ja. Wir wollten euch ja auch mal zeigen, dass das von welchen Menschen das gemacht wird. Dass das alles hocheinkle sind und alles hau dir. Alles hau dir. Weißt du? Das waren alles so kleine Komplizen. Wenn wir uns auch alle mal drauf in die Kamera aushegen, Jungs. Bei euch kriegen wir aber zwei mal rüber und so. In dem Sinne. Wir bedanken uns bei MCS. Wir bedanken uns natürlich auch bei Warner. Und wir bedanken uns... Ich bedanke auch bei dir. Ich bedanke auch bei dir. Auch da mein Lieber. Ich danke dir auch. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir auch bei dir. Ich danke 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 dir.